Hallooo! Volle Weihnachten! Mensch du! Du Eierkopf! Normalerweise macht man's so! Entschuldigung! Hi! Bist du Mo? Stimmt's? Was war das? Hoch mal, hoch mal! Ich habe eine Katze gegessen! Ehrlich? Ja! Miau! 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 Freunde, wenn ihr Bock habt, dass nächste Woche die erste Chatronette-Folge kommt, wo ich die Leute verarsche mit einem richtig geilen Prank oder Troll, dann ballert jetzt den Daumen nach oben raus und bei 3000 Däumchen nach oben, ja, kommt eine Prank-Folge. Und jetzt viel Spaß mit der normalen Folge! Hallo! Oh? Nein! Doch, 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 doch! Nein, 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 nein! Hier, ich guck grad Videos von dir! Oha! Okay, das ist jetzt ein Zufall! Sei gegrüßt! Was ist das? Marihuana? Ja! Ja! Überall! Oh! 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 Ich habe in meinem Zimmer 800 Marihuana-Pflanzen! Jesus! Hallo! Hi! Bist du YouTuber? Nein! Was soll das Ding sein? Mikrofon? Das hier? Ja! Ja, das ist ein Mikrofon, aber ich bin Sänger! Du bist Sänger? Ja! Wie heißt du? Warst du noch nicht auf einem Konzert von mir? Ich bin MC Moe! Niemals! Echt? Gar nicht! Kennst du Red Bull Soundclash? Ja, ja! Ja, da habe ich schon mitgemacht! Okay! Ey, yo! Was geht? Ey, yo! Was geht? Willst du Clashen? Ne! Schon Partner-Lock und so, oder was? Ne, nicht ganz! Du hast keinen Pimmel! Geht's dir gut? Geht's dir gut? Merkt man! Hi! Hallo! Wieg deine Mutter! Warum haben wir in jeder Folge so ein freches Kind? Also ihr seid alle zusammen so alt wie ich? Ja! Nein! Wie alt bist du? 38! Wow! Was? Ich habe glaube ich bis 18! 17! Ich bin schon 38! Ich war... Ich habe so eine Krankheit, da bleibt mal jünger! Hahaha! Du wirst nicht 38! Du wirst 28 oder so! Okay, 28 ist auch gut! Stimmt bei dir alles? Ich... Ich hab den besten Seelarbeitung! Bist du ins Topital? Ja! 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 Topital? Dude, what the fuck! Hast du Cannabis in der Wohnung angepflanzt? Warum sagt das jeder, Alter? Das ist Cannabis da hinten! Das ist eine Ikea-Pflanze, noch nicht mal echt! Das sieht aus wie Cannabis! Was geht's bei euch ab, Alter? Hallo? Ich frage einfach gar nicht nach! Da muss ich wohl mal die Polizei rufen! Wend-Zone! 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 Boah, du bist ja krass! Du hast dich grad blamiert vor ganz vielen Menschen! Verpiss dich mal! Hey! Hey! Was geht? Alles... Oh nee! Ich hab jetzt erst dein T-Shirt gesehen, Alter! Was für ein T-Shirt? Drei Spiele, null Punkte! Clemens hatte uns ein Eichhörnchen erwürgt und nicht richtig durchgebraten! Hä? Warte mal, fällt dir auf, dass wir eigentlich vom Gesicht her voll ähnliche Typen sind, Digga! Guck mal! Warte mal, bist du mein Bruder? Digga, irgendwie voll ähnlich, ne? Jetzt ohne Spaß so! Mach dir dieselbe Frisur wie ich? Ich hatte sogar die Frisur so, Alter, aber ich hab wieder kurz gemacht! Achso, ja nice, Digga! Crazy! Ich wünsch dir, dir auch, tschau tschau! Also das wäre ja viel zu auffällig, wenn du neben deinem Kumpel liegst! Das war mal Spaß, Mann! Ja? Ja, was geht ab? Glaubt ihr eigentlich, dass ein Flugzeug eine Hupe hat? Ja, safe, Digga! Stell dir vor, oben in der Luft ist Stau! Ja! Und weißt du, wenn das Flugzeug vor ihm zu langsam ist, dann muss er ja hupe, weißt du? Ja, aber hast du denn schon mal so einen Stau gesehen in der Luft? Natürlich, hast du das erlebt, Digga! Muss man dann auch so eine Rettungsgasse bilden, weil dann ein Krankenwagen kommt und so? Natürlich! Nein, da sind ja auch Krankenwagenflugzeuge, genauso wie es ist, Flugpolizei und so, weißt du? Ach, Alter! Auf Chatroulette lernt man so viele neue Sachen! Hallöchen! Pupöchen! Auch wiedersehen! Was? Ich dachte, wir wären Freunde! Das hat jetzt mein Herz gebrochen! Thomas! Ach, woher kennst du mich? Thomas! Heißt du Thomas? Ja! Ja! Ich bin Hellseher! Das habe ich gemerkt! Ja, ich weiß sogar wie alt du bist! Wie alt denn? 52! Falsch! Jünger? 54! Siehst du? Fast! Fast! Ich weiß sogar in welcher Stadt du wohnst! Wo denn? Also du wohnst auf jeden Fall im Westen, ja? Ja! In Nordrhein-Westfalen? Ja! Und zwar in der Nähe von Dortmund? Ja! Und zwar in Duisburg? Falsch! Scheiße! In Essen! Essen! Das wusste ich doch! Ich habe dich verwechselt! Aber fast in Ordnung! Und du guckst gern in Sat.1! Dortmund ist nicht weit weg! Was machst du, Junge? Was machst du, Junge? Halt's Maul! Hey! Sei mal nicht so frech! Bruder! Ich habe ja gerade gegen die Nase gehauen! Seitdem sieht die ganz komisch aus! Schneller! Ich habe ja gerade gegen die Nase gehauen!